Hallo und herzlich willkommen bei den Duftstars 2022. So, es geht gleich los hier. Der lila Teppich ist ausgerollt. Die prominenten Paten sind alle da. Die Gäste, die Preisträgerinnen, die Preisträger. Es ist auf jeden Fall die bestduftende Preisverleihung des ganzen Jahres. Der Abend ist für uns die Krönung des Jahres, auch wenn wir kurz vor dem Weihnachtsgeschäft stehen. Tokyo, Ode Parfüm von Karl Lagerfeld. Herzlichen Dank an das ganze Team. Refined Woods von David Beckham. Thank you so much for this Duftstars Award. Absolut, das ist eine riesen Ehre für uns. Vielen Dank an die Duftstars Jury und an das ganze Team. Perfect von Marc Jacobs. Wir freuen uns sehr. Vielen lieben Dank, liebe Elena. Miss Dior, Eude Parfüm von Dior. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns, das ganze Team. For Hör, Mask Noir von Narciso Rodriguez. Vielen lieben Dank. Also, wir freuen uns riesig. Silver Mountain Water, Ode Parfüm von Creed. Thank you, thank you, thank you, thank you. Eternity Verhör von Calvin Klein. Danke an Christi, aber danke auch an die Frequence Foundation. Miss Dior von Dior. Wir freuen uns jetzt den zweiten Preis, wie für mich Dior. Ich kann es gar nicht passen. Super. Pure Wood von HeyPure. Ja, vielen Dank. Also, dieser Preis freut uns. Moran wird es ganz besonders. Aqua Universalis Cologne Forte Eude. Femme von Maison Francis Couchon. Thank you very much. The Academy, the Duftstars in Germany. Eden Rock von Dior. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank. Flora Gorgeous Gardinia von Gucci. Vielen, vielen Dank für diesen Preis. Luna Rossa Ocean von Prada. Vielen, vielen Dank. Flora Gorgeous Gardinia von Gucci. Danke an all die Gucci-Fans. Sauvage, Elixir von Dior. The one and only Francis Couchon. I want to thank them all and all of you for this big joy I have when I create for you. Wir haben einen tollen Abend erlebt und wir hatten eine tolle Moderation. Es war wirklich toll, aber das soll nicht untergehen. Ihr seid ganz, ganz tolle Gastgeber.